25, 30 Meter, dann wird das Abwehren jetzt dichter, Simonsen. Wimmer geht links, der Ball müsste kommen. Simonsen. Das sind Pässe, die wir des Öfteren gesehen haben, halbe Rücklagen. Wohlers, Wimmer, noch einmal Wohlers. Klingkammer, jetzt ist Raum da, wenn schnell gespielt wird. Wimmer geht links, Simonsen in der Mitte. Wimmer. 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 Kein Abseits. Kulik. Hat er die Nerven. Und der Anschlusstreffer. Liverpool mit 2 zu 0 und am Ende hieß es dann 2 zu 3. Als die Mannschaft unter Druck gesetzt wurde im zweiten Durchgang, da verlor sie ihre Linie. Wimmer. 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 der fc brügge unter druck zum ersten mal in diesem match immer 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 power play immer immer er hält den linken flügel der heye An der rechten Seite, Simonsen, Spitze in der Mitte, Berti Vogts, Simonsen, gut gespielt, kein Abseits. Wimmer, Ball im Haus. Wimmer. Wimmer. Wimmer.